Es sind mittlerweile 12 Nationen, die miteinander arbeiten und da sind auch natürlich Leute bei, die keinen Schulabschluss hatten oder es nicht so einfach hatten im Leben, ein bisschen schwieriger und die haben halt bei uns eine Chance bekommen und sind heute tolle Mitarbeiter, die sich super im Team integriert haben. Also ich erzähle meinen jungen Leuten immer, dass ich selber kein Gymnasium besucht habe oder studiert habe, sondern ich habe die Hauptschule besucht und aus mir ist auch was geworden. Also wer was werden will und darum kämpft, der kann alles erreichen im Leben.